So, der Sailor mir jetzt im letzten Part auf meinen Schreibtisch gesprungen ist und ich ihn jetzt nicht mehr groß werde, geht's jetzt weiter. Ich habe mir diese eine Tür da irgendwie aufgenommen. So, einmal kurz weiter nach hinten. Außen ein bisschen weiter nach hinten. Wie... Was war das denn nochmal? Irgendwie war es das doch nicht. Hallo? Nein? So war es auf jeden Fall nicht. Dein ewiges Hin und Her. Habe ich noch irgendwo was vergessen? Eigentlich? Die einzigen Spalter hier. Die beiden... raus. Die beiden. Ich mache noch mal. Können wir doch Weltallu-Nationen tun, ich oder nicht? Ja, wir haben's! Aua, schau mal! Kannst du mir mit deinen Krallen nicht aufspielen? War das jetzt? Ah, der eine musste an. Wow! Sorry, Leute! Scheint mir eine Karte zu sein. Geht? Weißt du nicht. Ach! Eine Karte von Nothgoth! Ähm, hier unten müsste meine ich, äh, die Festung von Kruggerdmann sein. Da müsste LTV sein. Hier, glaub ich, irgendwie sollen. Ah, doch, das gibt's Sinn! Da ist das Licht aus. Einfach mal ausgeknipst. Und ein Speicherpunkt, sehr schön. Den wir so gleich benutzt werden. Denn das bedeutet, dass wir gleich, äh, Schauskampf haben. Den ich mich schon sehr freue. Allerdings werde ich vorher die Magieleiste ein bisschen aufführen lassen. Also, gleich. Und da sind wir schon wieder. Ja. Salem ist mir gerade bei mich zu umarmen. Gefühlt. Ah, ja, der Vampir. Möbius hat mir gesagt, du würdest... Ja. Und... Hallo! So. So. Ähm. Ich hab's euch ja noch gar nicht gezeigt. Seelenräuber. Ja. Wir werden jetzt ausnahmsweise mal... ... den Seelenräuber nehmen. Und... Er raubt uns halt... ... die komplette... Energie. Ähm. Was nicht gut ist. Wir werden jetzt auch gleich sterben. Salem, ich brauche jetzt hier wirklich mal... Also, wahrscheinlich war das jetzt gerade sogar blöd. Und... Ich weiß, was ich gemacht habe. The Hawk of Darkness. Woah. 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 Scheiße. So. Perfekt. Machen wir das nochmal. Er nimmt zwar Schaden, aber halt... Ja. Nicht viel. Aber... ist tot. Als seine Wache ihn retten wollte, hatte Wilhelms Blut meine Kraft schon wieder hergestellt. Das Leben ersetzt, das sein Schwert mir genommen hatte. Die jämmerlichen Toren kamen, ihren gefallenen Herrscher zu retten. Und nun zum Vergnügen. Ja, gerade. Ist relativ unangenehm. Ah. Wir sehen. So. Damit haben wir... den... 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 und haben... ein Zeitflussgerät. Ja. Seltsam. Bei solchen Zufällen wage ich von Schicksal zu sprechen. ... Wo? Und? Und wir... Wo? Durch den Tod Wilhelms des Gerechten wurde Möbius' Plan durchkreuzt. Damit ist sein Bauer nicht mehr im Spiel. Ja. Aber es gibt andere Probleme, mit denen wir jetzt zu kämpfen haben. Keine Angst, ich werde jetzt nicht wieder pausieren. Ich werde jetzt mal kurz das Leben wieder auffüllen. Und... ...und ich... ...den Filzzauber. Oh. Äh... ...deil im Grund... Ach, die Geister nehmen dann, äh, die ziehen anscheinend nur von einer selber ab. Mein Leben, ja genau, befördert mich wieder zurück, damit ich, äh, vielleicht nochmal kämpfen darf. Bisse. Wo? Oh, das ist ein Mies. Ich will jetzt hier aber nochmal in die Seiten reingucken. Er scheint nichts mehr zu sein. Hallo. Lass mich einfach in Ruhe. Vielleicht müsste ich mich immer noch zu. Gehen wir jetzt hier einfach raus. Hier haben wir leider nicht den Luxus, dass wir einfach rausgeteleportiert werden. Wow. Hey, die Herzen der Dunkelheit regenerieren sehr viel an Leben mittlerweile. Was auch gut so ist. Das musste ich erstmal ausschalten. Ja, mussten wir. Okay. Ich glaube... Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir hier raus müssen. Ich weiß gerade nicht, in welche Richtung wir hier raus müssen. Ich kann nur gucken, dass ich hier nichts vergessen habe. Wie ist weiterhin nur... Hier ist weiterhin nur... Was? Vielleicht komme ich ja dann... Jetzt so, hier durch die andere Tür nochmal durch. Ich bleib hier an der Tür, durch die wir nicht durchgegangen sind. Nervt. Dann stelle ich einfach nur noch die, gell? Hier ist... noch in der Wand. Hier sind Viecher, Sir. Da dauert einfach nur Blöd rum. Nee. Ah, deswegen. Ich will jetzt... ich will jetzt zurückkommen. Ich habe den Weg nur vorher schon gemacht. Sehr sinnvoll. Ja, ist doch gut. Also hier empfiehlt es sich jetzt definitiv, den Schild zu benutzen. Und den Schildzauber. Ah ja, jetzt sind wir da, wo ich eigentlich... Leute. Und den Schildzauber. Aber jetzt fährt nochmal. Da müssen wir, glaube ich, hin. Erstmal. Genau. Okay. Okay. Hier kann ich jetzt ja nichts, äh... Überlegs machen. Außer mich treffen zu lassen. Leider. Lass mich hier weg. Und jetzt dürfen wir hoffentlich nach draußen. Ich habe Bocken auf diese Festung. Aus. Herzchen. Nein. 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 Ich habe mich. Wir sind ihr. Nein. Ich habe mich. Nö. Oh. 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 Wieder raus? Ich hoffe es. Ja! Wir sind noch jetzt in der Dunkelheit. Ganz viele. Jetzt in der Dunkelheit. Da kann man ungefähr ahnen, was uns erwarten. Zumindest, dass uns was erwartet. Nein, es ist noch nicht der Endkampf. Weil der auch nicht mehr weit weg ist. Und plötzlich fand ich mich in Nosgoth wieder, das ich kannte. Von der Schlacht war nichts mehr zu sehen. Allerdings war etwas nicht in Ordnung. Aus der Ferne hörte ich Schreie. Und der aus dem Süden kommende Wind brachte einen leichten Geruch von Vampirblut mit sich. Hm. Hier brauchen wir jetzt nicht mehr nachgucken. Hier waren wir ja jetzt schon weit drin. Weine ich. Hatten wir ja doch schon das gesehen, erforscht. Hier ist die Statue kaputt. Es scheint der absolute Wahnsinn. Ich tötete ihren verehrten König Wilhelm. Und das Volk verspürte danach auf einmal einen Durst nach... Vampirblut. Das ist so toll, was wir da gerade fabriziert haben.